Jessica Pasca und Johannes Haller sind drei Jahre nach ihrem Kennenlernen bei Die Bachelorette doch noch ein Paar geworden. Nun lüften sie das Geheimnis, wie es dazu kommen konnte. Jessica Pasca, 31, und Johannes Haller, 33, haben sich bei den Dreharbeiten zu Die Bachelorette kennengelernt. Damals entschied sich Jessica jedoch für David Friedrich, 32, im Finale und Johannes ging als Zweitplatzierter nach Hause. Drei Jahre nach ihrem Kennenlernen sind Johannes und Jessica dann doch noch ein Paar geworden. Wie es dazu kam, verraten sie jetzt, Jessica Pasca, sie hat alles getan, um Johannes nicht zu treffen, während Johannes immer wieder an Jessica denken musste. Ihr schrieb und sie treffen wollte, hat sie seine Nachrichten ignoriert und ist zu öffentlichen Terminen nur erschienen, wenn sie wusste, dass Johannes nicht da sein würde. Wie Johannes es dann doch noch geschafft hat, ihr Herz zu erobern, verraten die beiden im Video. Wie kannst du den